Ein Polyp ist eine Schleimhautwucherung in Hohlorganen und betrifft häufig den Magendarmtrakt, da vor allem im Dickdarm. Diese Wucherungen können unterschiedlicher Größe sein, sie können flach oder auch einen Stiel haben und die kann man besonders gut eben im Rahmen von Darmspiegelungen mit einer Schlinge entfernen und damit auch deren Entwicklung in Richtung eines Darmkrebses verhindern.